Ich bin aus Zinn. Man könnte auch sagen, ich bin aus Blei. Zinnsoldat, Bleisoldat. Ich bin ein Spielzeugsoldat. Und zu mir kann man einfach Tänzerin sagen. Aber eigentlich bin ich aus Papier. Aber dann? Dann? Dann fliegt plötzlich das Fenster auf. Und wir, die Tänzerin und ich, wir fallen vom Fensterbrett. Wir fallen auf die Straße. Hallo? Ist hier jemand? Was für eine Show. Spannend, fesselnd, unbeschreiblich. Ein Feuerwerk der Gefühle. Ein großer Spaß für die ganze Familie. Aber da geht noch mehr.